so meine freunde ich bin schon wieder gestorben ja zwei tode ja hast deine sachen wieder also noch hab ich nicht ja verdient wahrscheinlich weil du dich ausgelockt hast eben gelogen weil du dich ausgelockt hast stell dir mal vor mann ich habe mich schon so gefreut dass ich sachen habe da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht so ich mache mir gerade voll so ein spiegel spiegel monopol ja wow krass kompliziert muss nicht kompliziert sein ist einfach nur cool dann am ende wenn es fändisch ist verschwunden manchmal verschwinden die dinge einfach das ist ziemlich doof aber egal ich bin jetzt gerade eine friedensstadt irgendwo habe ich sound an koma also koma 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 auch koma auslehrer zimmer leckt es und diesen schmied ja ich bin am Arsch der Welt habe gar nichts ich glaube die zwei Spiele glaube ich du hier eine neue Existenz gründen alle töten es ist ja wirklich behindert das was ich will jetzt einfach ein Tor weil hier einer ist das ist echt selten geworden glaube ich dass man noch Dinger so Dinger findet das heißt ich packe einfach paar Sachen hier rein wie soll ich jetzt zurückkommen man weiß es nicht ich mache ja auf jeden Fall YOLO glaube ich ich gehe mal vor ich tue hier einfach echt ein neues Leben beginnen das wäre eigentlich ganz lustig ja wird ziemlich cool da hinten ist ein Tower soll ich das mal echt probieren oh die wird sterben aber es wird Spaß machen oh hier ist hier ist ein ein Fuchs WHAT DOES THE FUCH SAY?! warte jetzt du ich bin ich bin in der Friedensstadt glaube ich sag mal deine Koordinaten äh minus 427 0 oh minus 900 minus 700 oh ich will die Spawner glaube ich behalten jedenfalls wenn es gesetz Spawner sind oh der geht nach unten der Tower oh der geht nach unten Stegi weißt du was das heißt? ok vielleicht geht er nach unten das ist Stier? ja bisschen was sein ich bin vergiftet obwohl ich einen Giants Horn in der Hand habe hast du nicht gesagt da wird man nicht vergiftet? ohhhh oh Gott wie viel Folgen Hero hast du? wie heißt dein YouTube Account? oh man sag jetzt expert ja sicher nicht die Hexe ja du bekommst keinen Schaden durch die Vergiftung du scherbt oh so ich sehe ich auch gerade du hast einen Effekt aber du bekommst gar keinen Schaden oh ist sie fühlst doch so doch man das heißt du mir ist jetzt ins Gelächsbrunner vielleicht gleich nein oh jetzt hier noch auf null laufen hey da bin ich in der Friedenstadt dann kann ich dort mit dir in die Heimweißen ja du musst mir da irgendwas da lassen dass ich zurück nach Hause kommen bitte nö nö help 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 okay hier ist naja zumindest hast du noch doppelt so viel Tode wie ich machst du alles? so guck jetzt hol ich mir meinen Spiegelrocksack aber du hast deine Spiegel noch nicht alle zu professionell benannt doch nö nö so der gehört jetzt hier hin dann packe ich den weg dann hole ich meinen Zuhause Spiegel der heißt auch Zuhause oh oh geil ne ups den hast du von mir so jetzt bin ich zuhause da kommt ich hier rein dann oh ich dachte schon ich hab verkackt aber hab ich nicht dann binne ich den hier um den anderen also wie du so sagst als wenn jetzt so voll die wäre Kunst wäre oh Gott ich glaube ich hab verkackt ja man muss schon aufpassen dass man nicht ja warum ja auf jeden Fall sonst kein bisschen natürlich sonst pointet er woanders hin es gibt nur eine Regel packst du Spiegel aus muss ein Block über dir sein ja was anderes musst du nicht beachten ja und das reicht schon gar nicht zum Beachten so ähm das ist jetzt hier du läufst ja nicht los du denkst dann schon oh was wollte ich jetzt eigentlich machen ach toll ey hier ist alles voller Wasser ich komm niemals zu dieser Friedenstadt ich bin hier so gut geh ich aber trotzdem erstmal weiter und zwar pack ich dafür die Sachen wieder hier ein die ich nicht brauche oh ich hab Angst das ist ne Spinner na ich muss hier auch noch schwimmen oder hier ist noch ein Tower so aber ich mach das hier erstmal weiter oh verdammt ich hab die Richtung nicht mitbekommen oh nein ich glaub hier aber irgendwo aber ich weiß es nicht geh nach da du kommst wieder das ist nett ja na ist steckig du bist der Beste du bist der Beste gut game oh Gott das ist noch voll weit weg ich erinnere mich aber auch nicht daran doch nein das ist schon nicht die Friedenstadt was ich da grad sehe oh ich hab so ein komisches Sumpfdiom also wo so keine Ahnung halt so ein Meer aber da sind Überblöcke drin ja sieht wohl ganz geil aus im Schritt ja geht oh verschwunden oh voll krass dass die Folge heute noch kommt gell ja wir sind immer voll spät dran stimmt und warum ich würd sagen wir nehmen gleich noch eine auf weil dein Provider Probleme hat ja ok der ist schon so ich bin auch in diesem Sumpfgebiet nein ich sterbe oh Gott ich spring da jetzt ja doch geht natürlich ich seh den Turm hast du einen Turm der nach oben geht gemacht keine Ahnung ich glaub schon aus Mosi Couplestone Mosi Couplestone weiß ich nicht ne andere Richtung das heißt ich bin jetzt vorbeigelaufen das ist sehr gut nein hä was kommt schon da das heißt ich bin jetzt im Endportal vorbeigelaufen das heißt ich bin schon mal fast da hä wieso willst du denn doch zum End ja für Endstone das ist das einzige was er ja gehst du doch zum End ja ja ins End ja aber ich besiege den Drachen nicht ach Gott ich bin mit ins End na komm ich bin glaub ich in der Friedenstadt ok jetzt zeig's nach unten kannst du jetzt bis zur Friedenstadt kommen wie keine Ahnung jetzt bin ich hier ich dachte du wartest hier auf mich oder so hallo hallo wie weit bist du denn entfernt von der Friedenstadt du hast doch ewig Portale oder so warte ich guck jetzt hier kurz in den Boden ja genau hier ist das End zack ja aber kannst du kurz bitte mit deinem Portal zu mir kommen ja warte kurz ich muss jetzt eben nur hier so einen Spiegel setzen ähm das heißt zieh dann ich geh jetzt nach oben hol mein Spiegel raus bin ich wirklich in der Friedenstadt oh Gott weiß es gar nicht Spiegel so die drei sind ja besetzt aber ich hatte hier noch einen ne bin ich bestimmt nicht der zum Endportal zeigen soll so jetzt zeigt er zum Endportal dann packe ich den jetzt wieder weg komm jetzt mal schnell bitte zur Friedenstadt und sag mal deine Koordinaten ach so der kommt hier rein ich komme zu dir gleich was heißt gleich so dann ach so ja wo bist du denn sag mal deine Koordinaten minus 1000 0 du sagst es minus 700 ja eben dann kann schon mehr ich bin jetzt bei minus 700 200 ja cool kann ich fliege mir mein Gegen oder so ich geh jetzt kurz nach Hause ich komme direkt wieder ich gebe nur beim Spiegel nach Hause und dann komme ich mit dem Spiegel wieder weil ich brauch noch einen Steffen wenn das was kaputt hast du denn Skull of Escape dabei? ne jetzt brauche ich ja ach so ja hole ich den so dann Steffs habe ich gefunden oh so du lötig meine ganzen Wege immer alter oh Gott hier noch so ein Tower den ich machen möchte ohne Rüstung hier habe ich Papier wo brauche ich das noch das für Stegi so so ähm den haben wir es gezeigt den haben wir es gezeigt doch Friedensstadt was denn jetzt ja ich habe einen Friedensstadt Spiegel ja natürlich hast du einen ja hier stimmt wo jetzt welche Koordinaten ähm minus 100 verarschen ja wo soll ich hinkommen so sind minus 1000 da oder ich wollte mir ich habe vergessen mein Ding ins zu holen äh den Steff dann scheiß jetzt auf den Steff soweit ist das nicht mehr ok so sind minus 1000 da 0 komm minus 1000 da 0 0 ja das reicht nicht mach einfach wenn nicht kann ich jetzt kurz laufen wir sind überall Bäume im Weg alter und ich fliege nicht zu hoch ansonsten keine Ahnung sterbe ich boah ich bin übelst hoch ne doch nicht ich bin im Treibstand nein ich sterbe echt ich glaube schon beeilig bitte beeilig kann ich nicht mehr ich bin bei minus ich habe keinen Stap mehr minus 950 950 auch kommen was kann ich jetzt machen weiß ich nicht ich ausloggen das wäre richtig low warum weil es richtig low wäre ja ich sterbe lol ja aber logg dich aus wenn du richtig low oh Alter soll ich also ich würde es mir ernsthaft überlegen aber ich habe ein Herz ganz ehrlich ausgelockt wahrscheinlich sterbe ich trotzdem oh ex ne ich sterbe nicht ich habe ein Herz mit dem gg ich will essen bis gleich oder so ja 3 3 Tode läuft auf jeden Fall bei dir oh Alter willst du jetzt echt abhauen ja ich gehts essen mal ich warte hier 4 Stunden auf dich oh und du kommst in die Aufnahme rein und stirbst ja tschüss ich möchte jetzt essen warte hast du Sachen dabei oder so vielleicht oh Gott ich habe sogar respawn gedrückt alter hast du Sachen dabei also bis gleich was denn ob du Sachen dabei hattest nein gar keine glaub nicht nein okay passt bis dann tschüssi so was mache ich denn jetzt jetzt muss ich ja nicht mehr dahin sondern jetzt gehe ich wieder zum Endportal beziehungsweise erstmal kurz nach Hause um mir meinen Staff zu holen so ähm hier hatte ich welche drin genau das und das äh so der wird dann direkt wieder enchanted und unbreaking und das zeug und dann gehe ich mit den blaze dingern und den enderpulse ins End und dann muss ich mir noch dimensional doors machen oder warp doors ok warp doors die mache ich mir mit enderpulse und türen davon brauche ich zwei stück das heißt ich brauche noch holz für türen oder einfache türen äh was für holz nehme ich denn das hier so zack und zack habe ich zwei davon dann brauche ich ein signature rift signature ok enderpulse und eisen eisen habe ich nicht dabei doch so dann kommt das ganze hier einfach rein neben diese türen eben diese türen also so zack und zack das ist jetzt da gespeichert dann gehe ich mit einem spiegel nach hier nach ups so dann geht es hier nach unten oh dankeschön ich will nicht in die lava ich will nicht in die lava ich will aber viel Schaden bekommen finde ich im vergleich zu sonst aber gut ähm das halte ich nicht auf dem slot das hier so Tür habe ich das habe ich dann kommt das mal wieder zurück nach hier und dann gehen wir durch 1 2 3 4 5 brauche ich noch also insgesamt vier davon zack 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 und das end ist erschaffen worden so und draußen ist ein Hubschrauber mit einem Flugzeug jetzt springe ich rein und greife mich kurz in die Seite aber ändern wir jetzt überall Hallo Mr. Drache ich gehe mal da unten rein ein bisschen verstecken so zack 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 und dann bin ich zu Hause perfekt gut dann ist das jetzt unsere Tür zum End hier kann ich jetzt ein paar ähm Dinger fahren ich muss so aufpassen dass der Drache mir nicht zu nahe kommt weil das nicht gut wäre verdammt der macht hier nämlich alles kaputt auch die Tür dann wahrscheinlich okay ähm ähm weil mit Hilfe der Endstones und so ein paar anderen Sachen ich muss mal gucken wie das genau geht kann ich mir nämlich ähm dann so ein Soulchart machen hat die ja schon angesprochen in der letzten Folge hier habe ich einen Spiegel draußen ne gut okay ja das das mache ich dann aber beim nächsten Mal dann denke ich ja dann werde ich die Folge erstmal hier unterbrechen beenden dann hoffe ich es hat euch gefallen wir äh Moment achso ja morgen wird es dann hoffentlich wieder pünktlich eine Folge geben leider ohne Steg weil er jetzt gestorben ist ähm wobei ich gar nicht weiß ob er die Folge heute noch hochwert aber ja mal sehen also gut dann hoffe ich es hat euch gefallen dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video bis dann dann